Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Heute mit dabei Bazzinator, Brownie und DNA. Es geht gegen Reza Kiri Prüfung furchtlos. Gar nicht mal so einfach, bevor ich wieder irgendwelche Sheet-Vorwürfe bekomme. Also ihr braucht wirklich drei gute Mitspieler. Ihr braucht relativ gute Save-Bilds oder relativ starke Offensive-Bilds, wenn ihr super Zeiten angreifen wollt. Ich zeige natürlich hier wieder die Save-Variante. Also ich spiele hier den Ingenieur, das kann man schon mal sagen vom Bild her. Also ich spiele Ingenieur mit Shrike-Laterne. Das seht ihr ja am Schluss. Ich werde es am Schluss dann nochmal reinschneiden. Und die anderen spielen Panga-Laterne mit Katalysator, um halt diese Schnecken abzuwehren. Hier seht ihr es jetzt gerade, Panga ist am Start. Ihr habt auch gesehen am Anfang, lassen wir ihn einmal wegfliegen, dann gehen wir nach. Dann stelle ich den Mast auf und dann gehen wir halt ran und können da Schaden fahren. Und da muss man halt gucken. Ihr seht ja auch, wir haben einen Hammerspieler mit drin. Einfach deshalb, weil er einfach einen enorm hohen Betäubungsschaden fahren kann. Und dementsprechend das Monster dann auch mal auf den Boden fällt. Eventuell ist es auch mit vier Fäusten möglich. Das haben wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht getestet. Ich denke schon, dass es möglich ist. Aber vielleicht ein Ticken schwerer Mann macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Hat vielleicht eine Clap-Phase, also eine Down-Phase vom Monster weniger. Das müsst ihr selbst mal testen. Wir würden es jetzt einmal mit Hammer empfehlen. Waren da auch Platz vier mit einem Eisbohrenbild. Jetzt, wenn das Monster das zweite Mal auf den Boden fällt, natürlich wieder den zweiten Mast legen. Ans Nachpotten denken. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt immer richtig gemacht habe. Mantras richtig setzen und so weiter. Bestmöglich nicht sterben. Und dann seht ihr halt hier, dass das ganz gut funktioniert. Auch noch eine kleine Save-Variante, die drin ist. Wir haben Eisbohren drin und wir haben Gesundheit 3 drin. Weil für unseren Geschmack er sonst doch zu viel Schaden rausgedrückt hat. Ihr müsst die Ausrüstung auf 15 haben. Ihr müsst alle Eskalationen auf 25 ist es, glaube ich, haben. Also voll haben 25, glaube ich. Ihr müsst alles ausgeskillt haben, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und dann ist es so möglich zu spielen. Hier seht ihr, da hat es dann DNA erwischt. Sonst hätten wir vielleicht hier noch eine etwas bessere Zeit hingelegt. Und hier habe ich dann angesagt, komm Jungs, jetzt holen wir uns Mast hingelegt. Er liegt auf dem Boden. Also sieht man es schon, auch der Hammerspieler hier sehr, sehr wichtig, dass er dann gerade hier gelegen hat. 1,46 können wir absolut stolz drauf sein. Ist absolut in Ordnung mit dem Team. Ja, und Bild seht ihr dann jetzt im Anschluss. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmal an alle, die mitgespielt haben und hier mitgeholfen haben. Und vielen Dank an die Zuschauer. Vielen Dank an die Leute, die meinen Creator-Code nutzen und meinen Kanal auch anderweitig unterstützen. Hier seht ihr dann das Bild, wie ihr es nachbauen könnt. Und denkt dran, dass die Gesundheit mit drin ist. Wutjäger könnt ihr mit einbauen. Und ihr seht es ja so. Ihr könnt das leicht variieren. Die anderen Jungs werden auch noch die Bilds von sich da drunter basteln. Oder unter die Kommentare hauen. Aber sie waren im Prinzip relativ ähnlich. Der einer hat mal Berserker mitgenommen. Der andere halt, was das ich will, der Raserei 3 oder sowas. Das war alles so relativ gleich. Ihr werdet es ja sehen. Viel Spaß damit. Bis dann. Haut rein. Ciao.